Vielen Dank. Ja, ja. 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 You might call it a rant. But people who call you crazy are working hard, being focused, and getting your art projects done. Let me tell you, they're just jealous of your genius and they're all part of the confederacy of dunces. So mean popcorn, the downfall of TV celebrity, if that's what you choose to be cheery, that's your soap opera, baby, not mine. I put the book down, thinking my limbo in New Orleans has ended. It's time to get back one-player crimes for the basement 2017 expensive. I woke up this morning and woke up and back in my old age, you know. That's the most expensive thing in my house and I don't want it being destroyed by no gold coasts, but... Then I walked down this tree and I looked down and I said, fuck it, what do you know? Right below that home tree, I'm Martin Luther King, there's a patch of snow. Passes to snow all up and down the trolley line. I called my girlfriend and said, this is my play. And she said, yeah, I looked about this even one time. And now I'm a united girl and I see ten of the middle-aged guys in a sweatshirt and playing video games like a little kid in a siren. And now I'm reading more about Ignatius. He's at work holding up a banner and building crosses that people think he's not. I like reading about the life and times of the working boy Ignatius. Just close the book right now because I'm tired of chapter seven. And here's the parts for my new album that just ended. January 17th, 2018. United Airlines must seem to move. Can't wait to see a baby. Can't wait to see a baby. VALERIE CLARES VALERIE CLARES Thank you. Very interesting. Great. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I'm going to start the disfenging of summer. Ich hoffe, dass wir hier im Festival waren. Ich bin der 3. Tag war es. Ich glaube, wir sind die letzten Zeit. Wir haben in den 5.00 oder 7.00 Uhr. Ich bin froh, dass wir hier in Deutschland haben. Ich bin froh, dass wir hier in 2015 haben. Ich bin froh, dass wir hier in Deutschland haben. Ich habe so viele gute Erfahrungen von dem Show in Austria. Es war eine der größten Erfahrungen in Deutschland. Ich bin froh, dass wir hier in Deutschland waren. Ich bin froh, dass ich das Show nicht daran erinnere. Ich bin froh, dass wir hier heute in der Nacht haben. Ich bin hier heute in der Nacht. Ich bin froh, dass wir hier in Deutschland waren. Ich habe hier in der Nacht. Wir haben jetzt die beliebte Sachen, wo ich geboren habe. Ich bin froh, dass sie da ist, wenn ich sehr, sehr jung war. Ich bin 51 Jahre alt. Ich bin woanders, dass sie zu vieles sind. Ich habe das alte Verkaufst. Aber ich habe das bisher ein sehr guter Ort. Ich habe das Video bekommen. Ich habe das Schöpfchen gebraucht. Die Dienste sind alle closed. 5 Uhr in der Nachden�fung. Das ist ein Latees Jahr. Tomorrow we get up early and go to Bergen, Norway. Aber es ist schon sehr viel zu sehen. Ich habe hier gesehen und habe all diese Sachen gemacht. Ich bin froh, dass ich noch nicht in der ganzen Welt bin. Ich bin froh, dass ich noch immer in der Business bin. Nach 26 Jahren, dass es so ist, dass du hier auf hier in der Stadt bist. Das ist für mein neues Rekord. Ich kann mich sagen, dass du von der Vibe bist. Du bist sehr, sehr viel. Ich weiß, dass du das nächste Rekord von meinem neuen Rekord bist. Sehr, sehr viel. Ich liebe mein neues Material so, so viel. Das ist warum ich das ganze Festivale in Vienna, Australien. In Vienna, Australien. Das ist ja, was er. Ich liebe was erholt in 2011. Ich liebe was erholt in 2005. Ich liebe was erholt in 1993. Get a fuck in life. Das sind meine neue Rekord von 2018. Ich bin noch in meinem 50s. Was ihr mit ihr Leben? Das ist was ich mit meinem Leben. Das ist 666 Post. Ich liebe es. Das ist das. Was ist das. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020